hallo herzlich willkommen ich zeige euch kurz wie shooter sein müssen so wie es so wie es früher war zur guten alten zeit die alten leute schwelgen immer gerne in erinnerungen da gehöre ich dazu weil das alles was danach gekommen ist war einfach schlecht das war die mutter aller shooter die beste cod serie überhaupt das gute alte m3 meine fresse war das geil jeder hat sich darauf gefreut jeder hat es gespielt die server waren alles gut alles war alles war toll waffen abschüsse in alles was haben wir gekriegt black ops 3 was wollten wir nur m3 spielen was haben wir gekriegt black ops 3 waren es das beste spiel überhaupt